Schwierig war es, da wir wussten, dass im Falle eines militärischen Angriffs mindestens 40 Prozent von uns sterben würden. Nur noch wenige kostbare Minuten bleiben, bis das Fußballspiel vorbei ist und damit die Chance zur Geiselbefreiung. Nach vier Monaten sind die Riegel der Terrassentür eingerostet. Wir versuchten, die Tür nur ein bisschen zu öffnen, weil wir befürchteten, dass außen eine Bombe angebracht sein könnte. Aber die Tür lässt sich sicher öffnen. Unter den Geiseln spricht sich der Befreiungsplan herum. Das Radio wird ausgeschaltet. Das Signal, für die Geiseln in Deckung zu gehen. Jeder suchte sich einen Platz zum Verstecken. Eine kleine Gruppe von uns brachte alle in die Zimmer. Einige der Geiseln sind Japaner. Einer versteht kein Spanisch. Einer von uns packte ihn und schob ihn in ein Zimmer. Das Zeitfenster schließt sich schnell. Montesinos braucht noch von Präsident Fujimori grünes Licht für den Angriff. Aber in diesem entscheidenden Augenblick kann man den Präsidenten nicht erreichen. Der ist mit Privatproblemen befasst. Montesinos rief Fujimori an. Fujimori war im Justizpalast, um seine eigenen Scheidungsformalitäten abzuwickeln. Und der Assistent, der an Fujimoris Mobiltelefon ging, wollte Montesinos nicht durchstellen. Deshalb brüllte Montesinos ihn an, um zu Fujimori durchzukommen, damit der den Einsatzbefehl geben konnte. Das Gespräch zwischen Geheimdienstchef Montesinos und Präsident Fujimori wurde aufgezeichnet. Nach 32 Stunden Warterei sind die Einheiten äußerst angespannt. Nun ist es Jean Pietris Aufgabe, den Angriffscode zu geben. Diese Worte bedeuteten, dass alle in den Zimmern waren. Die Gänge frei, die Terroristen unten und die Türen offen. Pater Wikt sucht Schutz an der Wand und betet. Aber gerade als der Countdown beginnt, läuft einiges furchtbar schief. Ein Hubschrauber hätte die Aktion beinahe zunichte gemacht. Ich weiß nicht, warum er gerade dann über das Gebäude fliegen musste, aber die Guerillas hörten auf, Fußball zu spielen. Der Einsatzleiter muss in Sekundenbruchteilen entscheiden. Die Sprengladung zündet nicht. Als der Offizier im Tunnel das erste Mal zünden wollte, passierte nichts. Aber sie hatten eine Notfalllösung. Eine Autobatterie sorgt für eine schnelle Low-Tech-Notlösung. Sechs Terroristen sind sofort tot und einer, Serpas rechte Hand, Tito, liegt im Sterben. Zerpa und sieben andere laufen nach oben, um die Geiseln zu töten. 140 Elite-Soldaten stürmen von allen Seiten das Gebäude. Die Tupac Amaros werden von einer überwältigenden Übermacht überrollt. Es war ein gewaltiger Angriff. Alle kamen gleichzeitig aus den verschiedensten Richtungen. Die Sondereinheiten müssen zu den Geiseln, bevor die Guerillas sie umbringen können. Nesto Serpa wird auf der Treppe niedergeschossen, als er zu den Geiseln will. Der kühne Anführer der Tupac Amaros liegt nun sterbend in seinem Blut. Das Mikrofon an Admiral Giampietris Bibel zeichnet den Kampf auf. Ich habe es immer gewusst. Gäbe es einen Angriff und sollten die überleben, würden sie versuchen, uns zu töten. Und genau das ist passiert. Ich habe es selbst gesehen, wie ein Terrorist auf der Suche nach uns in mein Zimmer kam. Er hätte es auf die wichtigste Geisel abgesehen, Tudela. Ein Soldat fängt die Kugel, die für den Außenminister Francisco Tudela gedacht war. Tudela flieht verletzt, ist aber am Leben. Die Elite-Soldaten gewinnen die Oberhand, arbeiten sich von Raum zu Raum voran. Viele Geiseln, darunter auch Pater Wigt, sind im Kreuzfeuer gefangen. Ich dachte, es wäre ein Traum, es konnte nicht wahr sein. Es war auf gewalttätigste Weise gewonnene Freiheit. Aber es war trotz alledem Freiheit. Admiral Jean-Pierre flieht mit dem Abschiedsbrief in der Hand, den er in der Nacht davor geschrieben hatte. Wenige Menschen haben die Chance, ihren eigenen Tod zu üben. Mir hat das sehr zu innerem Frieden verholfen. In diesem Augenblick sagte ich mir, ich bin am Leben. Endlich wusste ich, dass ich überlebt hatte. Das Mikrofon in Admiral Jean-Pietris Bibel nimmt auch das Ende der Geiselnahme auf, als die Waffen schweigen. Spätere Berichte sagen, die Elite-Soldaten hätten 500 Kugeln in Serpas Körper gejagt. Kritiker nannten das eine Art von Lünch-Justiz und bettere Rache an dem Mann, der Perus politische Führung vor der ganzen Welt gedemütigt hatte. Ob er bei der Schießerei getötet oder hingerichtet wurde, die Wahrheit wird man wohl nie erfahren. Der peruanische Präsident Alberto Fujimori und der Geheimdienstchef Ladimiro Montesinos wurden wegen ihres Sieges über den Terrorismus bejubelt. Die 14 Tupac Amaru-Terroristen waren alle tot. Präsident Fujimori besichtigte für die TV-Kameras persönlich ihre Leichen. Nur eine Geisel wurde getötet, der oberste Richter Carlos Giusti Acuna. Zwei Elite-Soldaten sterben auch, Kapitan Raúl Jiménez und Oberst Juan Valer, der Mann, der die Kugel fing, die für den peruanischen Außenminister bestimmt war. Die Gewaltaktion der Tupac Amarus ging letztlich nach hinten los. Nestor Serpa Kartolinis' Tod war das Ende dieser Terrororganisation. Seine Söhne Nestor und Juan Carlos leben jetzt im Exil. Seine Frau Nancy wird für den Rest ihres Lebens im Gefängnis bleiben. Sally Bowen glaubt, dass die gewaltsame Beendigung der Geiselnahme vor allem durch die Demütigung der peruanischen Regierung zustande kam. Das Militär und die Geheimdienste wurden wie Idioten dargestellt. 14 Guerillas, die meisten von ihnen waren blutjung und ohne besondere Ausbildung von irgendwo aus dem Urwald gekommen, noch nie vorher in Lima gewesen. Und selbst, wenn sie letztlich nichts erreichten, war das ein heftiger Schlag gegen den Stolz der Armee und der Geheimdienste. Die mussten sich einfach rächen. Wladimiro Montesinos und Präsident Fujimori wurden als Helden verehrt. Innerhalb der nächsten zwei Jahre kehrte sich das erstaunlicherweise ins Gegenteil. Sie wurden zu Ausgestoßenen. Am 22. April 1997 war die Residenz des japanischen Botschafters in Lima zurückerobert worden, nach einer Geiselnahme, die 126 Tage lang gedauert hatte. Wladimiro Montesinos erntete höchste Anerkennung für seine Rolle beim Sieg über die Terroristen. Aber es stellte sich heraus, dass der oberste Geheimdienstchef den Krieg gegen den Terror genutzt hatte, um ein Netzwerk aus Korruption zu kaschieren. Montesinos unbegrenzte Macht bedeutete uneingeschränkte Kontrolle über Perus größtes Geschäft, das Kokain. Es gibt eindeutige Beweise, dass Montesinos während der Geiselnahme Kokain aus Peru schmuggeln ließ, also die Tatsache ausnutzte, dass die Augen der Medien fest auf die Vorgänge in der japanischen Residenz fixiert waren. Im September 2000 brachte das peruanische Fernsehen eine geheime Videoaufzeichnung. Sie zeigte Montesinos, wie er einen Politiker bestach. Sein Imperium aus Verbrechen und Korruption war entlarvt. Als er zu Fujimoris Machtmanager geworden war, war er tatsächlich Perus Drogenpate. Für jede Ladung Kokain, die Peru verließ, kassierte er Prozente. Montesinos floh außer Landes, wurde aber im Juni 2001 festgenommen. Bei seinem Sturz riss er den peruanischen Präsidenten Fujimori mit sich. Letztlich konnte Fujimori ohne Montesinos nicht überleben. Auch er floh außer Landes, nicht lange nach Montesinos, vielleicht ein paar Wochen. Er reiste ab zu einer internationalen Konferenz in Brunei und kam nie zurück. Er schickte ein Fax, in dem er dem Volk von Peru mitteilte, er sei zurückgetreten. Der Präsident war weg. Einfach so. Wladimiro Montesinos sitzt zu 15 Jahren Haft verurteilt in einem peruanischen Gefängnis und wartet auf weitere Verfahren. Vater Wigt wurde mit Perus nationalem Menschenrechtspreis für seine Unterstützung der Geiseln ausgezeichnet. Gewalt ist keine Lösung. Gewalt führt nur zu neuer Gewalt, zu Hass, Verbitterung und Tod. Nach der Geiselhaft ging Admiral Gianpietri in die Politik und wurde 2006 zum Vizepräsidenten Perus gewählt. Diese Sache war kein Zufall. Sie war einer der Gründe, weshalb ich in die Politik ging. Denn ich glaube wirklich, wenn dieses Land sich nicht ändert, könnte unsere Gesellschaft explodieren. Ein gewalttätiger Guerilla, ein korrupter Drahtzieher und ein betrügerischer Politiker. Jeder dieser drei Männer hat mit seinen Taten zum eigenen Sturz beigetragen. Nun ist einer tot und zwei sind in der Öffentlichkeit in Ungnade gefallen. Sechs Monate nach der Befreiung wurde die Residenz des japanischen Botschafters abgerissen. Peru tilgte alle Spuren des Hauses, in dem das gewaltige Blutbad stattgefunden hatte.